1 Live Domian Das 1 Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 220 50 50 Jo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Kinder aus Vergewaltigung. Ich möchte gerne eben mit Kindern sprechen oder mit Menschen sprechen, die aus einer Vergewaltigung stammen, deren Vater ein Vergewaltiger ist bzw. war. Und ich möchte gerne auch mit Müttern sprechen, mit Frauen, die vergewaltigt wurden und dann schwanger wurden und das Kind behalten haben oder vielleicht das Kind auch nicht behalten. Also wenn ihr gerne auch mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder meldet uns unter domian.wdr.de unser Thema Kinder aus Vergewaltigung. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Ina und Ina ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Ina. Guten Morgen. Du hast dich zu diesem Thema bei uns gemeldet. Warum? Ja, weil meine Mutter wurde vor 18, fast knapp 19 Jahren vergewaltigt. Ja, ich bin das Ergebnis. Du bist das Ergebnis? Ja. Wann hat deine Mutter dir das gesagt, wie du entstanden bist? Ja, da war ich elf Jahre alt. Elf Jahre? Ja. Ich würde jetzt mal so spontan sagen, mit elf Jahren versteht man das noch nicht so richtig, oder? Na doch, ich habe es gut verstanden, weil mir das gerade zu dem Zeitpunkt selber passiert ist. Weil es dir selber passiert war, mit elf Jahren? Ja. Das heißt, du bist Opfer einer Gewalttat geworden? Ja. Und wie kam es dann dazu, dass deine Mutter es dir erzählt hat? Das weiß ich auch nicht mehr genau. Auf einmal, wo ich ihr das erzählt habe, hat sie mir auch gleich erzählt, wie das damit war. Mhm. Also wahrscheinlich war sie so gefühlsmäßig angerührt, als sie das von dir gehört hat, dass ihre eigene Vergangenheit ihr dann auch wieder so richtig in den Sinn kam. Ja. Wer war bei dir der Täter? Ja, mein damaliger Freund. Naja. Wie alt war der? 14. 14. Und da hätte ich gegen deinen Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Hast du dich dann deiner Mama anvertraut, damals? Ja. Mhm. Als du das dann erfahren hast, war das nicht der nächste schwere Schlag dann für dich? Du hast einmal so etwas selbst erleben müssen und dann sagt deine Mutter dir auch noch, ja, du bist selbst ein Kind einer Vergewaltigung. Natürlich ist das hart, aber ich glaube, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich klar gesehen. Mhm. Kannst du dich erinnern, wann du anfängst, das richtig zu verstehen? Ja, wo ich das, wo ich das für mich schon von meiner eigenen Seite her vergessen hatte, da habe ich erst so gesagt, okay, es finde ich schön, dass meine Mutter mich gekriegt hat. So. Ich habe nicht verstanden. Ist es schön, dass die Mutter dich gekriegt hat? Oder was hast du? Ja. Weil ich meine, es muss auch schwer sein, wenn man in der Situation schwanger wird. Mhm. Hast du denn dann mit deiner Mama öfter darüber gesprochen oder wurde das einmal gesagt und dann wurde es nicht mehr angesprochen? Ja, ja, so genau, genau, also einmal. Einmal und dann wurde darüber geschwiegen? Ja. Mhm. Wenn du jetzt weiter zurückgehst in deine Kindheit, wie hast du deine Mutter und deine Erziehung so in Erinnerung? War deine Mutter eher so auf Distanz? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich das Gegenteil. Also sie war immer nett zu dir und hat dich auch angefasst und war zärtlich zu dir? Ja. Du hast das Gefühl gehabt, deine Mama hat dich lieb? Ja, auf jeden Fall. Du bist ja heute 18 Jahre. Ja. Hast du jetzt inzwischen mal mit deiner Mutter nochmal über früher gesprochen? Nee, ich meine so, man muss es doch irgendwann vergessen, auch wenn es schwer ist. Mhm. Das heißt, du weißt nicht die Einzelheiten, was deiner Mutter widerfahren ist damals? Ja, gut, doch, das weiß ich schon. Und was war da genau? Ja, die waren da mit in der Disco, drei Kerle haben sie abgefüllt, sind sie mit ihr rausgegangen, ja. Drei Kerle? Ja. Mhm. Und die drei haben sie vergewaltigt? Nee, einer nur, die anderen beiden haben sie festgehalten. Mhm. Kannte sie denn diese Kerle? Ja, das waren eigentlich Bekannte, von denen hätte ich es eigentlich nicht erwartet, das so. Mhm. Hat deine Mutter Anzeige erstattet damals? Nee. Weißt du, warum nicht? Keine Ahnung, aber ich glaube, erstens mal Scham. Mhm. Und zum Zweiten auch irgendwie Angst, weil viele kriegen die Arschlöcher, ja, wollen wirklich nicht. Mhm. Mhm. Ich frage dich jetzt ein paar Sachen, ich weiß wirklich nicht, ob du es weißt, wenn du so wenig mit deiner Mutter darüber gesprochen hast, aber ich kann dich das ja fragen. Gab es für deine Mutter Überlegungen, dich nicht so zu bekommen? Nee, ich glaube auch, so wirklich viel Gelegenheit hat sie dazu nicht gehabt, sie wusste es ja eigentlich erst nicht. Ach so. Und wo sie es wusste, naja. Ach so, sie hat die Schwangerschaft gar nicht so wahrgenommen in den ersten Monaten. So, dass sie gar nicht, hätte mir eine Abtreibung vornehmen lassen können. Ja. Mhm. Ich sag mal so, ich bin ja auch ein Frühchen, von daher. Mhm. Weißt du, ob sie mit dem Gedanken gespielt hat, dich zur Adoption freizugeben? Nee, gar nicht. Auch nicht? Weil, weil um mich, wo ich auf der Welt war, stand es wirklich ganz schlimm, ich hätte sterben können. Mhm. Und hat sie gesagt, nein, das habe ich das Kind, das gebe ich nicht weg. Ja. Also hat sie schnell eine Beziehung zu dir entwickelt und dich nicht irgendwie so als Fremdkörper gesehen und dich nicht mit dieser Gewalttat in Verbindung gebracht? Nee. Mhm. Wenn sie weiß, wer dein Vater ist, weißt du auch, wer dein Vater ist? Nee, also ich kann es auch verstehen, ich will es nicht wissen. Meinst du, dieser Mann läuft ihr noch ab und zu über den Weg? Wohnt er noch da in ihrer Gegend, wo deine Mutter wohnt? Ich glaube nicht. Mhm. Ich hoffe zumindest. Mhm. Weil ich glaube, dann würde ich auch ausrassen, weil das ist wirklich eine Sauerei. Ja. Ja. Habe ich das gerade so richtig verstanden, dass du sagst, das ist jetzt Vergangenheit und ich will auch nicht da so viel in der Vergangenheit rumbohren und wühlen und vielleicht auch meine Mutter nicht quälen? Ich spreche jetzt auch nicht mehr großartig darüber. Nee, das ist blöd, weil das bricht alte Wunden wieder auf und naja. Weißt du eigentlich, wie deine Mutter das so in ihrer Umgebung erklärt hat, dass sie schwanger war? Also hat sie ja zu dem Zeitpunkt auch noch einen Freund, der hätte genauso gut in Betracht kommen können, aber war er halt nicht. Also sie hat das aber auch niemandem erzählt, was da passiert war? Nee. Mhm. Du hast ja gerade von deiner Vergewaltigung gesprochen. Wie bist du damals damit zurechtgekommen? Hast du eine psychologische Hilfe gekriegt? Nicht hätte, aber ich wollte irgendwie nicht, weil ich weiß nicht. Mhm. Denkst du daran noch oft zurück? Teilweise. Weil ja auch durch einen erneuten Zwischenfall vor knapp anderthalb Jahren das halt auch wieder in Erinnerung gekommen ist. Da ist wieder etwas passiert mit dir? Ja. Was war da genau? Ja, das war ein Hausmeister von meinem damaligen Arbeitgeber, wenn man das so nennen kann. Ist es da denn zu einer Vergewaltigung gekommen? Ja. Mein Gott, Ina, dann bist du aber wirklich vom Schicksal gestraft. Wenn du mit 14 das schon... Äh, mit 11. Mit 11. Mit 11. Das ist zum ersten Mal. Der Junge war damals 14. Und dann jetzt später. Äh, was ist aus der Geschichte geworden, äh, hast du den Mann angezeigt? Ja. Aha. Und was ist aus der Sache dann geworden? Wie hat sich das entwickelt? Ja, er hat halt eine Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren gekriegt. Eine Bewährungsstrafe? Ja, und das kann ich absolut nicht verstehen, weil, okay, er hat Auflagen gekriegt. Aber ich glaube, wenn die abgelaufen sind, passiert das nochmal. Wie ist das heute, äh, hattest du schon mal, äh, einen Freund oder bist du jetzt durch diese Ereignisse so, ja, auch so unsicher geworden oder hast gar keine Lust auf eine Freundschaft, auf eine Beziehung? Na gut, das schon. Aber ich glaube mal, es wird nicht jeder, wenn man sie machen. Also man kann ja auch nicht alle über einen Kamm scheren. Mhm. Hattest du denn schon mal einen Freund? Ja. Und, äh, funktionierte das mit der Sexualität oder hast du da eher einen Widerwillen? Äh, ja, es ging, es hat ihm das so ein bisschen erzählt und wurde da auch drauf eingegangen. Mhm. Das heißt, äh, er ist vorsichtig und behutsam mit dir umgegangen? Ja. Hast du denn dann mit ihm auch mal geschlafen? Ja. Hat dir das Spaß gemacht? Das ist auf jeden Fall schön. Keine Gewalt. Mhm. Mhm. Das ist ganz anders. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Immer noch super. Das ist super? Ja. Und, äh, also zwei, zwei gute Freundinnen quasi. Ja. Mhm. Gibt es da, äh, noch einen, einen anderen, andere Geschwister? Hat sie noch andere Kinder bekommen, deine Mutter? Nicht. Mhm. Liebe Inna, ich danke dir sehr, dass du so offen gesprochen hast. Ähm, ich bin etwas unsicher. Ich weiß nicht, ob ich es dir anbieten soll. Wenn du das möchtest, kannst du auch gerne noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Ja, ich weiß nicht. Ist kein Bedarf. Naja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite ist das nicht so mein Ding, also. Ja. Andererseits, wenn, ich meine, die, die eine Geschichte liegt ja noch gar nicht so sehr lange zurück. Und da hast du ja auch wahrscheinlich keine Hilfe in Anspruch genommen. Ja, gut, musste ich zwangsläufig, weil das Gericht wollte noch ein Gutachten haben, weil der scheiß Kerl das so dargestellt hat, als ob ich hier irgendwas im Himmel erzielen würde. Mhm. Aber das war keine richtige Therapie, sondern so eine psychologische Befragung wahrscheinlich. Ja, und das hat mir gereicht. Da hatte ich die Nade voll. Ach so. Ja, ich möchte dich nicht drängen. Also wenn du es nicht willst, dann ist es dann auch damit gut, wenn wir beide uns jetzt verabschieden. Ja. Sollen wir das so machen? Ja. Wenn du allerdings Hilfe brauchst und wenn du irgendwie das Gefühl hast, das wäre doch ganz gut, wenn ich nochmal mit jemandem sprechen würde, dann mailst du uns ganz einfach und dann setzt sich meine Psychologe mit dir in Verbindung, okay? Ah, das könnte Problem geben. Kein Internet. Ach, kein Internet. Mhm. Wir können es ja so machen. Wir haben ja deine Telefonnummer. Ja. Und wir rufen dich mal einfach in der Woche nochmal an. Dann kannst du nochmal ein bisschen bedenken, ob du es willst und kannst es dann nochmal endgültig entscheiden. Okay? Ja. So machen wir es. Liebe Ina, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt, ihr lieben Kinder aus Vergewaltigung. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, deren Vater ein Vergewaltiger war. Ich möchte gerne mit Frauen sprechen, die ein solches Schicksal erfahren haben, die vergewaltigt wurden und durch die Vergewaltigung auch schwanger wurden. 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian.twdr.de. Hier ist Inge und Inge ist 51 Jahre alt. Guten Morgen, Inge. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Soll ich jetzt erzählen, oder? Ja. Du bist Inge, ne? Ja, ich bin Inge. Ja, ich weiß, weswegen die Stimme bin. Ja, ich war gerade ein bisschen irritiert. Ja, ja, ja. Sie hört sich an wie eine Männerstimme. Das ist doch ein Rauchen. Aber jetzt nicht. Jetzt, wo du ein bisschen sprichst, merke ich schon, dass das nicht so ist. Bist du eine betroffene Frau? Ich bin ein Kind davon, von der Vergewaltigung. Du bist auch ein Kind aus einer Vergewaltigung? Ja. Was sehr lange zurückliegt. Ja. Ja, ich bin nur 51. Ja. war. Ja. Meine Mutter war damals 15 Jahre alt und wurde eben vergewaltigt und daher bin ich eben. Weißt du die näheren Umstände von dieser Vergewaltigung damals? Naja, was sie mich so erzählt hat, wo ich zu Rede und Antwort gestellt habe, ich habe ja vieles vom Dorf erfahren. Das wurde ja totgeschwiegen, das Thema zu Hause. Und da habe ich eben erfahren gehabt, weil ich bei Oma gelebt habe. Und da haben sie gesagt, ich habe eben, dass ich da aus einer Vergewaltigung entstange. Und da hatte ich dann mit meiner Mutter zu Rede und Antwort gestellt mir. Ja. Und da hatte sie gesagt, sie hat, ja, der hatte eben gesagt, der Opa eben, oder Stiefvater ist ja ihr Stiefvater eigentlich, der hätte eben gesagt, wenn sie was sagen tut da drüber, dann fährt er eben tot mit zum Kuhwagen, wie es früher so war, Kühe und Dings und der Fährt ist eben tot, wenn sie da drüber was sagen tut. Also war der, ihr Stiefvater der Täter? Ja. Also der Stiefvater von deiner Mama war der Täter? Ja. Ja, was mein Opa ist, der was mich auch vergewaltigt hat. Moment, das verstehe ich. Der Opa hat... Also was ihr Stiefvater ist, also was mein Vater wäre, also ich sage mal Opa dazu, der hat mich auch vergewaltigt. Ach, dieser Mann, der deine Mutter vergewaltigt hat, hat auch dich vergewaltigt? Ja. Wie alt warst du da? So ungefähr sieben bis vierzehn. Über einen zu langen Zeitraum? Ja. Ich habe aber gerade richtig verstanden, dass du aufgewachsen bist bei deinen Großeltern. Ja. Wie konnte das dann passieren, dass dieser Mann an dich herangekommen ist? Naja, das ist so gewesen, wie erstmal wenn die Oma arbeiten war, es ist ja so, ich muss das mal richtig erklären, die Oma ist von Polen hergekommen mit einem Kind und die hat hier geheiratet im Osten. Lass uns das mal nicht so, dann wird es zu kompliziert, dann kann man das nicht so richtig verstehen. Das heißt, es gab Zugang von diesem Mann, dem Stiefvater deiner Mutter. Ja. Es gab Möglichkeiten, dass er an dich herankam über einen so langen Zeitraum. Von sieben bis vierzehn, wo du sieben bis vierzehn Jahre alt warst. Ja, ja. Es ist in dieser Zeit immer und immer wieder zum Geschlechtsverkehr gekommen, zwischen dir und diesem Mann? Ja. Ich musste eben dann, musste man Arbeiten erledigen, wo die Oma denn nicht zu Hause war gewesen und da wurde das eben Sonnabend, da musste ich eben Holzingen helfen. Ja. War nicht Holzingen, das war dann eben das eben gewesen. Ähm. Hat das irgendjemand damals geahnt oder mitbekommen? Nein. Nein. Das hat erst später mal mein Stiefvater das erzählt und der hatte mich dann das erzählt gehabt, dass die Mutter eben auch und denn eben, dass er fünf Jahre dafür gesessen hat und um mich früher nicht gesagt habe. Achso. Wir müssen mal ein bisschen, es ist eine komplizierte Geschichte. Deine Mutter, ich sag das nochmal, ist von dem Stiefvater vergewaltigt worden. Ja. Du bist das Resultat. Ja. Ist dieser Mann mal vor Gericht gestanden? Ja, wo meine Mutter, in der Schule ging es noch, da ist die Schwangerschaft festgestellt worden in der Schule. Ja. Und da ist er zu fünf Jahren verurteilt worden. Und dennoch hat er es später wiederholt an dir. Ja. Quasi seinem Kind. Ja. Ist er dann nochmal vor Gericht gestellt worden? Nein, wir haben ja nichts gesagt. Ihr habt nichts gesagt. Wegen die Oma, weil die Oma gesagt hatte, auch zu meiner Mutter, die war zu schön gewesen, die ist selber dran schuld gewesen, dass er sie an ihr vergangen hat. Das hat deine Oma gesagt? Ja. Das hat deine Oma über dich gesagt? Über mich nicht, über meine Mutter. Über die Mutter. Die hatte schöne blonde Haare, die sah hübsch aus. Sie hat gesagt, sie wäre dran schuld gewesen. So hat er erzählt, die Mutter. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Wir haben kein Verhältnis. Lebt sie noch? Ja. Ja. Ich muss mit einem Namen anreden. Mit einem Nachnamen? Du musst Frau, Sohn so sagen. Nein, ich sage... Achso, du sagst nicht Mama oder Mutti zu ihr, sondern du sagst ihren Vornamen. Ja. Diese Frau war zu dir nie zärtlich, nie liebevoll. Nein, ich bin ja nicht groß geworden bei ihr. Ich bin ja bei Oma groß geworden. Ja schon, aber du hast sie ja bestimmt ab und zu auch mal gesehen, oder nicht? Tagtäglich, ja. Tagtäglich, ja. Also sie hat dich gar nicht beachtet. Nein. Nein. Als du das erfahren hattest, dass deine Mama vergewaltigt worden ist, hast du gerade am Anfang gesagt, es war alles ein bisschen viel. Wie alt warst du da? Oh, das weiß ich nicht. Das haben sie so vom Dorf erzählt immer. Da warst du ein Kind noch. Ja. Das musste für dich auf dem Dorf doch auch ganz schlimm gewesen sein, wenn man das dann erfährt als Kind. Ja, das war auch schlimm. Das war auch schlimm gewesen. Bist du gehänselt worden von anderen Kindern, von Dorfkindern? Nein, so nicht. Und die Kinder nicht so. Ja. Das war ein kleines Dorf, da waren nicht übermäßig Kinder jetzt so. Ja. Und die haben das mehrfach nicht gewusst, das haben die Alten gewusst, so. Hast du es denn bei deiner Oma und bei deinem Opa gut gehabt? Naja, normal. Normal, also auch nicht so ganz dolle. Normal, man hat es nicht. Ich spüre es jetzt durch die anderen Geschwister, aber wenn die Jugend war, da wurde das Geld weggenommen, ich habe ja Geld gekostet, was meine andere Halbschwester, wo die Oma schwanger war eben, auch, eben, die ist ein halbes Jahr jünger, wie ich, da wurde das eben, die konnte ich jetzt bald nicht, eben nicht. Also du warst schon eher ein bisschen Außenseiter. Ja, naja, ich bin geboren, haben sie mir erzählt, da haben sie mich so weit zugedeckt und dann hat mir das Heim weggeholt, dann war ich drei Jahre im Heim, in Goldsen. Achso, du warst zwischendurch auch noch im Heim? Ja. Ja, drei Jahre. Achso, nicht direkt zur Oma und Opa. Nein. Was denkst du denn heute über deine Oma, wenn die sowas gesagt hat, wie du es mir gerade erzählt hast, na, die ist selbst daran schuld, dass sie vergewaltigt wurde, weil sie so hübsch war? Ja, die Oma war ruhig und stille, die war so kirchlich erzwungen gewesen, die hat überhaupt nichts gesagt. Ja, aber das hat sie doch gesagt, hast du mir gerade berichtet. Ja, das hat sie gesagt, das hat mich meine Mutter selber gesagt. Wie denkst du denn darüber, dass sie so etwas so gesagt hat? Ich kann es nicht verstehen. Weißt du, ich bin empört darüber, dass die Frau das gesagt hat, vor allen Dingen, wenn du mir erzählst, dass sie auch noch eine fromme Frau war und in die Kirche gegangen ist. Ja, deswegen. Es ist ja auch jetzt mit dem Ding, was mein Vater ist, den habe ich ja auch gefragt, warum er sich an mich vergriffen hat. Da habe ich zur Antwort gekriegt, wo ich dann im Verheiratet war, wo ich weg war. Da habe ich gefragt, warum hast du das gemacht mit mir? Ja. Dann sagte er, das musst du verstehen. Oma, die ist kirchlich gewesen und so und so, wenn die nicht wollte. Mhm. Schrecklich. Lebt dieser Mann noch? Nein, der lebt nicht mehr. Als der... Der hat auch seine Strafe gekriegt. Inwiefern? Ja, der hat ein Jahr Schlafen gehabt und konnte sich nicht bedunnen und nicht. Warst du, als der gestorben ist, froh? Froh? Der Mensch hat mich nicht interessiert. Also du hast ihn nicht mal mehr gehasst hinterher? Nee. Er war dir vollkommen gleichgültig? Ja. Was ja letztendlich auch gut ist. Mhm. Ja, und meine Mutter sagt, die kann zufrieden sein, dass er einen Mann gekriegt hat noch. Weil ich auf der Welt bin und deswegen darf ich auch nicht Mutter sagen zu sein. Was empfindest du denn für deine Mutter? Gar nichts. Auch gar nichts. Gar nichts. Und wenn sie irgendwann mal nicht mehr sein wird, ist es auch egal. Stört mich nicht. Stört dich auch nicht. Du hast Familie. Ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder. Ja, und läuft das alles so gut? Ja, mein Mann ist auch gestorben. Und da denkt man so über sein ganzes Leben überhaupt mal nach. Ja. Das heißt, du hast sehr viele Schicksalsschläge erleiden müssen. Ja. Und es stand alles unter einem sehr schlechten Vorzeichen. Vor allem, wo ich geheiratet hatte und hatte ja auch eine Tochter, da hatte ich immer Angst, ich habe das Gleiche passiert. Ist aber nicht passiert. Nein, 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 nein. Gottes Namen, mein Mann wusste das auch. Ja. Denen hatte ich das auch gesagt. Ist denn dein Verhältnis zu deinen Kindern gut? Hm. Naja, nicht so. Oh. Meine Tochter, die tut mich nur... Sorry, morgen muss ich nur bei den Gerichtern tanzen wegen des Erbes. Ich möchte die Erbe haben von meinem Mann. Also auch alles kompliziert. Also du kommst gar nicht zur Ruhe. Es kommt immer irgendwie was Neues. Ja, das stimmt. Liebe Inge, wir brechen mal hier ab. Ich merke, dass dir das sehr ins Herz geht. Und du legst mal bitte auf und meine sehr nette Psychologin, die Elke, ruft dich jetzt mal gleich an. Und dann könnt ihr noch in Ruhe weitersprechen, okay? Ja. Alles Liebe wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Schönen Abend. Ja, tschüss Inge. Weiter geht es mit dem Michael. Und Michael ist 17 Jahre alt. Guten Morgen, Michael. Hallo, Lomian. Hallo, Michael. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Ja, klar mache ich. Ich rufe an, weil meine Freundin wurde vor einem halben Jahr vergewaltigt und ist schwanger geworden. Und ist jetzt im vierten Monat schwanger. Wie alt ist deine Freundin? Die ist 18. Die ist 18. Von wem wurde sie vergewaltigt? Ja, sie war mit einer Freundin in der Disco. Ich war nicht mit. Das ist jetzt nur mein Problem. Weil ich nicht mit war. Ich mache mir so viele Fragen. Und dann... Michael, ich bitte mal eine Bitte. Die Leitung ist ganz schlecht. Geh mit dem... Halt das Handy. Du telefonierst mit dem Handy, ne? Ja, genau. Halt mal das Handy relativ still am Mund und gehe an ein Fenster. Ja, mache ich. Meistens sind die Leitungen dann ein bisschen klarer. Ja, klar. Kann ich machen. Ja. Also du wolltest erzählen, sie kamen aus deiner Disco raus? Ja, aus der Disco raus. Und ich habe mir aber nicht alles erzählt. Ich wollte nicht genau wissen. Ich wäre, glaube ich, ich wäre damit nicht fertig geworden. Ich hätte ihm alles... Sie hat mir jetzt nur so im Einzelnen erzählt, dass sie dann angebaggert wurde und dass er dann ziemlich grob geworden ist. Und dann kam es halt zur Vergewaltigung. War sie dann allein oder war sie dann mit anderen Freundinnen? Naja, sie war zu dem Zeitpunkt, war sie alleine. Sie hat auf dem Bus warten und wollte nach Hause fahren. Wir wurden momentan noch getrennt. Ich habe meine eigene Wohnung. Ja. Wir wollen mal bald zusammenziehen. Ja. Ja. Ähm. Kannte sie diesen Mann? Nö. So wie sie sagt, sie hat den nur in der Disco mal... Sie hat ihn vielleicht einmal oder so gesehen, aber wirklich kannten sie, tut ihn dann auch nicht. Aber auch öfter da in der Disco, wo sie auch oft dahin geht. Mhm. Und der ist dann nach dem Verbrechen geflohen? Ja, ne. Der ist geflohen, aber ich sitze jetzt in der Untersuchung. Achso. Achso, er ist gefasst worden. Der ist gefasst worden. Er ist gefasst worden. Weil wir sind hinterher zu den Polizeien gegangen. Ich konnte ja nicht viel sagen. Ich habe ihn nur unterstützt. Mhm. Das ist klar. Und, äh... Hat sich denn deine Freundin, hat sich denn deine Freundin nach der Vergewaltigung direkt in ärztliche Obhut begeben? Ist sie untersucht worden? Na, sie hat sich erst, ich wusste jetzt gar nicht, dass sie schwanger ist. Sie hat sich die ganze Zeit übergeben und sie hat es mir auch noch erst nicht gesagt. Sie hat sich dann erst ihrer Mutter anvertraut. Mhm. Die sind dann erst hingelangen und wo die Untersuchungen hinter klare, hat sie mir jetzt hinterher nach und nach erzählt. Ist es denn, ist es denn sicher, dass, 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 dass sie von diesem Täter schwanger ist oder könnte... Ja, hundertprozentig, weil zu diesem Zeitpunkt hatte ich mit ihr keinen Sex und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie nicht von mir schwanger ist. Mhm. Genau weiß ich das nicht. Sie hat es auf jeden Fall negativ nicht, weiß ich nicht, im Zweiten vielleicht, wo sie es wirklich bemerkt hat. Gab es, gab es denn da Überlegungen bei ihr? Ihr habt sicher darüber gesprochen. Ja, klar, wir haben mit ihren Eltern darüber gesprochen, ob wir das vielleicht abtreiben wollen, ob es wirklich sicher ist, weil wir beide noch ziemlich jung sind, aber sind dann zu mir im Schluss gekommen, dass wir das Kind dann haben wollen. Ich bin halt wohl nicht der Vater, aber ich liebe meine Freundin, ich bin jetzt seit über ein Jahr mit uns zusammen und... Also, ich muss sagen, ich finde das eine ausgesprochene, eine ausgesprochene, respektable und besondere Entscheidung. Ich glaube, kein Mensch hätte euch Vorwürfe gemacht, wenn ihr gesagt hättet, nein, wir lassen das Kind abtreiben. Ja, das Problem, ich hatte auch eine ziemlich schwere Kindheit, wenn man das so sagen darf und, nee, wir wollten das, was ist in zehn Jahren und in zehn Jahren verbrechen wir uns den Kopf darüber, was ist, wie alt könnte das Kind jetzt sein? Nee, haben wir auf keinen Fall, wir haben uns so lange den Kopf darüber zerbrochen und... Und ihr seid wirklich ganz entschieden, dass ihr dieses Kind wirklich dann auch für euch und euer Kind annehmen werdet können? Ja, ich auf meiner Seite auf jeden Fall. Meine Freundin, denke ich auch, wir haben da lange drüber geredet und ich bin jetzt im vierten Monat, doch wir wollen das Kind auf jeden Fall kriegen. Wart ihr denn auch bei einer Beratungsstelle und habt euch mit Fachleuten unterhalten? Sie war beim Frauenarzt und beim Psychologen, hat sich beraten lassen. Ich war auch erst mit, aber ich bin hinterher nicht mehr mitgegangen, weil ich das einfach... Sie konnte einfach nicht dabei sein, wenn sie das so erzählt, haargenau, weil das muss ich mir auch gar nicht... Ich wollte auch nicht den Typ wiedersehen, weil das muss ich nicht haben. Beim Frauenarzt siehst du den Typ ja auch nicht. Nein, aber sie war ja auch beim Psychologen. Ja? Sie war sich auch, ich war das erste Mal mit. Ja gut, aber da siehst du ja auch nicht, den Täter. Ja, aber ich sehe den Täter ja spätestens bei der Verhandlung wieder. Und du hast keine Sorge, dass du, wenn du irgendwann in die Augen des Kindes guckst, dass du dann auch immer in die Augen des Täters wirst gucken? Ich weiß nicht, ich bin jetzt 17, ich weiß nicht. Ich habe auch nicht unbedingt die Lebenserfahrung, weiß ich nicht. Gab es denn Leute in eurem Umfeld, sei es jetzt Eltern oder Freunde oder vielleicht der Psychologe oder der Gynäkologe, die zu einer Abtreibung geraten haben? Ja, es gab Leute in unserem Umfeld, die gesagt haben, wir sollen uns das überlegen, wir haben noch die ganze Zukunft vor. Und dann kamen halt die üblichen Sprüche, wie wollte ich für das Kind sorgen? Und ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr als Bäcker und ich bin jetzt mit meiner Ausbildung fertig und dann mal schauen. Wie geht es denn jetzt deiner Freundin? Das ist jetzt vier Monate her, das ist ja noch nicht lange. Nein, es geht. Ich will das immer so verbergen, vor allem wenn man rausgeht und so. Aber ich merke schon, dass es hier ziemlich scheiße geht. Sie geht ja jetzt auch noch weiter zum Psychologen. Also sie will es verbergen, dass sie schwanger ist? Ja, nicht unbedingt verbergen. Wenn ich zusammen mit ihr rausgehe, dann ist es schon ein Spiel, wo das glückliche Paar ist. Die sind auch eigentlich glücklich, aber irgendwo weiß sie schon, dass ich nicht der Vater bin. Hast du, wenn du jetzt, ich meine, die Zeit vergeht schnell, die nächsten fünf Monate vergehen. Denn freust du dich dann darauf, wenn sie das Kind bekommt? Ich denke, wenn ein bisschen mehr Zeit vergeht, hundertprozentig freue ich mich drauf. Klar. Ich denke schon, dass ich mich richtig drauf freuen werde. Sie auch? Ich denke schon, doch. Wir haben ja lange zusammen darüber gesprochen. Ich denke auch, dass sie sich darüber freut. Weil sie muss es ja im Endeffekt kriegen, nicht ich. Und wenn sie es nicht will, dann hat es ja gar keinen Sinn, wenn ich es will. Natürlich. Sie muss die Hauptentscheidung treffen. Deswegen. Hätte sie gesagt, sie wollte es nicht, dann hätte ich damit leben müssen. Aber da sie ja sagte, wenn ich bei ihr bleibe und... Hast du ihr denn eher zugeraten, dass sie das Kind bekommen soll? Ich habe ihr das auf jeden Fall zugeraten, weil ich will ja auch weiterhin bei ihr bleiben. Ich will noch zusammenziehen. Sobald das alles überstanden ist, die ganze Zeit. Deine Freundin ist 18, sagst du? Ja, meine Freundin ist 18. 18, ja. 18. Ich finde, das ist eine sehr schwere Entscheidung. Und ich finde, ich meine, jetzt sind die Karten ja gefallen. Ja, leicht ist es für mich auch nicht wirklich. Weil ich weiß, erstens, dass ich nicht als Vater bin. Und zweitens, Verbrechen ist ständig in den Kopf, was passiert, wäre ich dabei gewesen. Und das sind auch ständig Gedanken, die ich ständig mit mir habe. Gut, aber du warst nicht dabei. Insofern ist das müßig, darüber nachzudenken. Ja, klar. Aber was wäre passiert, wenn ich dabei gewesen wäre? Das sind auch so ständig Gedanken. Was wäre denn passiert, wenn du dabei gewesen wärst? Ich glaube, es wäre nie so weit gekommen. Du hättest deine Freundin verteidigt? Ja, auf jeden Fall. Klar, das ist ja auch normal. Ja, auf jeden Fall. Oder denkst du noch, dass noch etwas schwerwiegenderes passiert wäre? Weiß ich nicht. Gut, du hättest sie verteidigt. Das hätte natürlich jeder Freund gemacht, auch jeder nähere Freund, wenn eine Frau vergewaltigt wird. Das ist klar. Ja, das kann ich auch verstehen. Spricht deine Freundin viel im Moment über die Schwangerschaft, wie sie sich fühlt? Das machen ja Frauen, wenn sie schwanger sind. Ja, doch. Sie spricht mit mir nicht unbedingt, aber mit ihrer Freundin und so, mit ihrer Mutter spricht viele Mängel darüber. Wie plant ihr das denn so nach außen hin dann zu zeigen? Werdet ihr so tun, als wäre das euer Kind? Oder werdet ihr auch im Freundeskreis und Verwandtenkreis offen damit umgehen und sagen, nein, das Kind ist aus dieser Vergewaltigung entstanden? Kommt drauf an, die engsten Freunde werden es bestimmt erfahren. Die werden mir doch bestimmt sagen, dass das Kind nicht von mir ist. Aber nach außen, wenn wir durch die Stadt oder so gehen, ist es klar, dass ich den glücklichen Vater spiele. Und ich werde ja auch bei der OP dabei sein. Ich freue mich ja trotzdem, ob es mein Kind ist oder nicht. Ich stehe ja trotzdem für meine Freundin. Das habe ich ja von vornherein gesagt. Also erstaunlich. Ich hätte mich nicht so entschieden. Aber wenn du dich so entschieden hast oder ihr euch so entschieden habt... Ja, aber was hätte ich dann machen sollen? Hätte sie das Kind abgetrieben? Was wäre zum Beispiel im 5-Jahr-Nose gewesen? Hätten wir uns den Kopf so darüber zerbrochen, ey, das Kind würde in die Schule kommen. Ich finde es ja ehrenwert, wenn ihr das so seht und so denkt. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen weiter gucken, weil vielleicht würde es uns jetzt helfen. Aber es ist in drei Jahren, dann würde es im Kindergarten und so gehen und dann siehst du auch andere Kinder auf dem Spielplatz oder so und dann denkst du auch, das könnte dein Kind sein. Das stimmt schon. Aber man muss natürlich auch darüber nachdenken, kann ich wirklich ein guter Vater für dieses Kind sein? Sehe ich nicht immer den Täter? Sehe ich nicht immer den Tathergang? All das muss man ja bedenken. Kann ich dem Kind Zärtlichkeit schenken? Kann ich es in den Arm nehmen? Kann ich es streicheln? Und so weiter. Ja, schon. Ich weiß, was du meinst. Habt ihr auch schon mal darüber gesprochen? Ich meine, das ist jetzt wirklich noch sehr früh. Aber wahrscheinlich redet ihr über alles Mögliche. Wann und ob ihr dem Kind das sagen werdet? Wenn es nach mir geht, würde ich es erst dann sagen, wenn es Richtung Pubertät. Würde ich es ihnen damit noch nicht sagen. Dann, wenn es auf jeden Fall älter ist. Was sagen denn deine Eltern? Die Mutter ist ja noch gar nicht verkraften können. Ja. Was sagen denn deine Eltern dazu? Hm? Was sagen denn deine Eltern dazu? Ja, meine Eltern sagen dazu nichts, weil ich mit meinen Eltern Kontakt abgebrochen habe. Ah ja. Ich rede nur mit ihren Eltern und so. Und ihre Eltern haben das auch befürwortet? Ja, ihr Vater ist nicht ganz so. Der war auch skeptisch. Aber er sagt, das ist unser Leben. Ihre Mutter ist auch ziemlich früh schwanger geworden. Ja. War auch schon, glaube ich, mit 19 schwanger. Ja. Und deswegen kann sie ja schlecht sagen. Das geht nicht. Und im Endeffekt ist das ja auch unsere Entscheidung. Mhm. Also, deine Freundin ist in psychologischer Betreuung, hast du gerade gesagt. Aha. Im Moment permanent, sagst du, ne? Ja. Also ständig ist sie in psychologischer Betreuung. Ich war am Anfang auch was mit, aber ich könnte das nicht verkraften. Ich hatte auch mal vor, selber vielleicht mit Psychologen zu sprechen oder so. Wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Denn es wird sehr vieles auf dich zukommen und vielleicht auch, damit du auch ein bisschen gewappnet bist. Und du bist ja, wie du auch gerade gesagt hast, eben sehr jung. Und ich halte es für durchaus klug, wenn du das auch machen würdest. Dass du dir da so ein bisschen Stabilität holst. Könnte ich das von euch noch ein bisschen weiter beraten werden? Ja, kannst du. Ja, das kannst du sehr gerne, Michael. Dann möchtest du bitte jetzt auflegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Darf ich ihn angrüßen? Eigentlich heute nicht. Heute in der Sendung nicht. Bei dem ernsten Thema. Okay? Okay. Alles Gute, Michael. Tschüss. Jetzt ist die Marianne hier. Marianne ist 57 Jahre alt. Hallo, Marianne. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Kinder aus Vergewaltigung heißt unser Thema. Es hat mir etwas unter den Nägeln gebrannt. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich selber weiß also gar nicht direkt, sondern innerhalb des Familienkreises. Ich habe ältere Brüder und die haben das wiederum anderen in der Familie erzählt, dass ich also aus einer Vergewaltigung entstamme. Aha. Also ein Gerücht. Nee, das ist durchaus ernst zu nehmen. Das ist ernst zu nehmen. Das ist ernst zu nehmen. Das ist also nicht so ein Gerücht. Wann hast du das denn zum ersten Mal gehört? Das habe ich zum ersten Mal gehört, als meine Mutter gestorben ist. Wie alt warst du da? Da war ich so ungefähr um, warte mal, 97, ungefähr um die 50. Ja, also noch gar nicht so lange her. Noch gar nicht so lange her. Das muss einen doch, wenn man 50 Jahre alt ist und dann das hört, muss einen das doch absolut umhauen. Das ganze Leben denkt man doch plötzlich anders und sieht man anders, oder? Ja, man sieht also vieles ganz anders. Man hört also auch Berichte ganz anders. Ich selber weiß, dass ich so als Zwölfjährige mal meine Mutter gefragt habe, weshalb sie mich eigentlich so unwahrscheinlich hasst. Das hat sie? Ja. Sie war keine gute Mutter? Nein. Das musst du ganz klar jetzt sagen? Ganz klar und ganz deutlich. Wie viele Geschwister gab es noch? Vier. Vier. Und zu den anderen war sie ganz anders als zu dir? Ja, also ich würde sagen, mich hat es am härtesten getroffen. Warst du so mittendrin? Nee, ich war die Jüngste. Die Jüngste? Ja. Eigentlich werden die Jüngsten ja am meisten verwöhnt. Das war bei euch genau nicht so. Das war nicht so. Gab es auch einen Vater in der Familie? Ja, den gab es auch. Wie hat der sich denn dir gegenüber verhalten? Ähm, ja. Auch so? Ja, das war immer eine ganz schwierige Situation. War der netter als deine Mutter? Ja, aber nicht wesentlich. Wusste der auch davon? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie hast du das denn bemerkt? Was hat deine Mutter denn gemacht mit dir, dass du als Kind gesagt hast, warum hast du mich so? Also ich weiß, manche Dinge weiß ich aus Erzählungen der anderen, da war ich noch zu klein. Manche Dinge weiß ich selber. Ich weiß immer, dass es ein riesiges Theater gegeben hat, wenn wir wegfuhren, auch als ich noch ganz klein war und sie gesagt hat, jetzt müsste sie mich auch noch mitnehmen. Also wenn sie in Urlaub oder irgendwo hingefahren sind? Ja, oder zu Verwandten. Oder zu Verwandten. Oder irgendwo hin. Und jetzt muss die Marianne auch noch mit. Ja, und jetzt muss ich dich auch noch mitnehmen. Das war also gang und gäbe dieser Spruch. Was natürlich für ein Kind schlimm ist. Und sie hat mich auch nirgendwo, wenn sie mal mit meiner Schwester einkaufen gefahren ist oder so, hat sie mit mir nie gemacht. Hat sie dich geschlagen? Schon als Säugling. Schon als Säugling. Woher weißt du das? Das weiß ich von den älteren Geschwistern. Das heißt, die Mutter hast du in Erinnerung als unfreundlich, gewalttätig und abweisend? Nee, nach außen hin den guten Schein war. Na gut, aber für dich alleine, da war sie dann hart drauf. Ja, aber für mich alleine habe ich sie also, ja eigentlich würde ich das heute sagen, als beziehungslos in Erinnerung. Das muss einen doch dann ungeheuer irritieren, wenn man sieht, dass die Mama mit den anderen Geschwistern nett umgeht und freundlich ist, aber zu einem selbst irgendwie überhaupt nicht freundlich. Ja, man gewöhnt sich dran, ne? Es ist ja für einen normalen. Ja, du bist da so reingewachsen. Ja, es ist ja für einen relativ normal. Gab es Situationen, hat sie mal mit dir, hat sie dich mal gestreichelt, geschmust mit dir? Ja, später wollte ich das selber nicht mehr. Aber sie hat das manchmal gemacht? Ganz selten. Sie war einmal furchtbar ungerecht zu mir in irgendeiner Situation. Und dann wollte sie mich in den Arm nehmen und dann wollte ich nicht mehr. Also das war ihr schlechtes Gewissen? Ja, das war aus diesem schlechten Gewissen heraus und dann ja. Aber ich weiß, dass ich später mal darüber ganz erstaunt war, was meine Schwester mit ihr alles für Gespräche geführt hat. Und dann war ich ganz baff und habe gedacht, wie, sowas hat es in unserer Familie auch gegeben. Als du sie als Kind, als du Kind warst, elf Jahre, oder in etwa hast du gerade erzählt, sie gefragt hast, Mama, warum hast du mich so? Ja. Was hat die denn da geantwortet? Das stimmte nicht. Das stimmte nicht. Und dann warst du froh, als du dann irgendwann aus dem Haus raus warst? Ja, irgendwann bin ich dann mal, als ich alt genug war, bin ich dann mal gegangen. Wie war denn dein Verhältnis dann bis zum Tod deiner Mutter mit ihr? Ja, ich bin dann gegangen und also ich glaube einfach so, man muss es also so sehen. Also sie hat in mir die personifizierte Bosheit gesehen. Ja, sie konnte mich nie anders sehen. Ich vermute mal, dass dann auch dein Verhältnis nicht sehr nah mit ihr hinterher war. Nein, ich habe sie noch, ich habe dann hinterher, ich habe in vielen Dingen gelernt. Ja, ich habe dann einfach gelernt, wenn sie mir den Hörer aufgelegt hat, zu sagen, nicht ich habe den Hörer aufgelegt, du hast den Hörer aufgelegt. Ja, und jetzt bist du dran und ich bin nicht dran. Ich habe mich eigentlich immer gemüht, darum bemüht, ein ordentliches Verhältnis zu haben. Ich wollte vielleicht einmal ein normales Verhältnis haben. Die Sehnsucht danach. Die Sehnsucht danach, aber das hat es bis zum Schluss nicht gegeben. Ich habe sie dann irgendwo 14 Tage, bevor sie noch mal gestorben ist, noch mal gesehen und wusste auch ganz genau, aha, das ist das letzte Mal, aber es blieb alles offen. Sie hat kein Gespräch gesucht, sie hat nichts erklärt, sie hat selbst in der Todesstunde nicht gesprochen. Ja, in der Todesstunde habe ich sie ja nicht gesehen. Gut, aber da ging es ihr ja offensichtlich auch schon schlecht, wenn du sagst, zwei Wochen vorher hast du sie gesehen, da ging es ihr schon schlecht. Ja, also von daher. Der Hass, den sie dir immer entgegengebracht hat, das hat aber nicht dazu geführt, so wie du es gerade gesagt hast, ich formuliere es noch mal so, dass du sie auch irgendwann gehasst hast. Du hast dich immer um Anerkennung und Liebe bemüht? Ja, ich würde sagen schon. Vielleicht ist Hass dann gar nicht so der richtige Ausdruck. Wenn man schon so distanziert ist, kann man jemanden gar nicht mehr so hassen. Als sie gestorben ist, was für ein Gefühl hattest du? Äh, Traurigkeit und Erleichterung. Warum Erleichterung? Dass jetzt endlich dieses ganze Drama zu Ende ist, dass es irgendwo seinen Abschluss gefunden hat. So, und dann sagen deine Brüder dir, dass du ein Kind... Das haben die mir ja nicht gesagt, ne? Irgendwo, ich weiß es gar nicht, von wem ich es weiß. Ich weiß es wieder. Ach, ich glaube, meine Schwester hat es mir gesagt. Ja. Kurz nach dem... Wir haben sich darüber unterhalten und meine Schwester hat es mir gesagt. Das war dann kurz nach dem Tod? Ja, das war so. Da haben wir jetzt überhaupt erst angefangen, miteinander zu reden als Geschwister. Ach, das... Wir haben ja früher nie miteinander geredet. Ach, das Verhältnis zu den Geschwistern war auch gestört. Nee, äh, innerhalb der Familie haben wir nicht miteinander geredet. Über solche gravierenden Sachen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein, ich kannte es überhaupt nicht von zu Hause, dass man miteinander reden kann. Aber was habt ihr denn in der Familie gemacht? Habt ihr immer geschwiegen, oder wie? Ja, wir haben guten Tag, guten Weg, so das Allernötigste und jeder ist seinen Weg gegangen. Also, es gab auch keine gemeinsamen Geburtstagsfeiern mal? Mal einen Kaffee trinken oder so, aber ansonsten hat jeder so sein zu gemacht. Und dann wurde irgendwas Belangloses geredet beim Kaffee trinken und das war es dann? Ja. Oder jeder achtete darauf, nicht ins nächste Fettnüpfchen zu treten. Bist du froh, dass deine Schwester dir das jetzt gesagt hat? Äh, doch. Ich bin, äh, es hat mir geholfen, meinen Gefühlen mehr zu trauen. Dass ich also das, was ich immer gefühlt habe, dass ich das bestätigt habe. Was hast du immer gefühlt? Ja, ich habe immer diesen Hass gefühlt. Also doch. Und gespürt. Den Hass von ihr gespürt. Und somit ist es, gibt es eine Erklärung, so meinst du das? Ja. Jetzt verstehst du deine Mutter eher, was da los war. Ja. Und ich verstehe eher, was da los war. Und somit kannst du ihr auch leichter vergeben? Ich glaube, das habe ich abgeschlossen, dieses Thema, ihr zu vergeben. Ähm, äh, weil ich für mich zu der Erkenntnis gekommen bin, äh, dass nur wenn man vergibt, kann man mit sich selber auch Frieden schließen. Sehr guter Satz. Das stimmt so sehr. Mit? Das stimmt so sehr, was du sagst. Ja? Das stimmt hunderttausendprozentig, Meierne, was du da sagst. Ja. Das ist sehr weise. Und ich glaube, wenn, 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 wenn das alle Menschen verinnerlichen würden, ging es allen Menschen besser. Ja. Das glaube ich. Und das, denke ich, äh, hat mir auch geholfen, das, äh, später zu verarbeiten, noch zu dem Personenkreis zu gehören, die schwerst traumatisiert sind. Mhm. Ja. Hast du, wenn ich unterbrechen darf, hast, hast, hast du ihr, das, gab es diesen Vergebungsprozess noch, während sie gelebt hat? Oder jetzt erst, nachdem du das weißt? Nein, ich denke, es gab den noch, während sie gelebt hat. Meinst du, sie hat das... Immer wieder gesagt habe, also ich bin da und sie hat komischerweise vor ihrem Tod etwas gesagt, das hat mir, das weiß ich dann auch wiederum über Dritte, über eine ältere Frau, die schon bei uns war, als ich so drei, vier Jahre alt war. Ja, die war immer bis zum Schluss noch bei uns und kam dann auch später eigentlich, ja, sie kam eigentlich immer noch. Und meine Schwester hat dann gesagt, sie war jetzt die ganzen Jahre bei uns, jetzt ist es auch richtig, dass sie weiterhin kommt. Du wolltest sagen, was deine Mutter gesagt hat. Und sie hat dann gesagt, dass sie so froh darüber ist, dass ich da gewesen wäre. Dass du da gewesen bist? Dass ich da gewesen wäre. Das heißt, sie hat die Vergebung gespürt? Sie hat die Vergebung gespürt. Und ich habe ihr eigentlich immer signalisiert, von mir her ist es okay. Bist du jetzt neugierig, noch mehr zu erfahren oder möchtest du nicht mehr in der Vergangenheit rühren? Ich denke, ich lerne im Moment damit, mit der Vergangenheit sie so stehen zu lassen, wie sie ist. Ich würde nur sämtliche Retraumatisierungen wieder hervorholen, ja. Das würde dazu führen, dass ich in Dissoziative zuständig gerate und so weiter. Ich verstehe. Ich bin aufgrund dieser ganzen Dinge auch dann irgendwann mal begrenntet worden und habe das ja auch geschafft, das so alles bis 50 zu verdrängen. Ja. Dann wollen wir auch nicht weiter an der Vergangenheit rühren, so wie du es gerade formuliert hast. Ja, ich denke, das ist auch deshalb, ich war auch sehr, sehr vorsichtig anzurufen. Aber so meine Grundvoraussetzung ist einfach die, auch von der Geschichte, die ich vorher noch gehört habe, man soll es sich sehr gut überlegen, ob man das so aushalten kann, mit so einem Kind zu leben. Lieber Marianne, du hast gerade in dem Gespräch, ich habe es ja hervorgehoben, etwas sehr, sehr Wichtiges und Weises gesagt. Dafür danke ich dir sehr und ich danke dir für deinen Anruf und für deine Offenheit. Ja. Und wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, danke dir. Auf Wiederhören, Marianne. Okay. Tschüss. Tschüss, Domian. Anne ist hier. Anne ist 42. Guten Morgen, Anne. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Anne. Kinder aus Vergewaltigung. Jawohl, ich bin selber ein vergewaltigt worden, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Also ich bin selber mal vergewaltigt worden von meinem Stiefvater und habe da auch einen Sohn geboren von meinem Stiefvater. Von dem Stiefvater, wie alt warst du da? 16,5 etwa. Bin aber Jahre vorher schon vergewaltigt worden von ihm. Von dem Stiefvater. Von dem Stiefvater, da ist nie was passiert und dann ist es halt passiert, da war ich wohl auch reif genug, wie auch immer. War das klar, war das klar damals, dass du das Kind bekommen willst und sollst? Ich muss dazu sagen, es wusste keiner, dass ich schwanger bin und ich habe es auch sehr gut verdrängt. Wann wurde es klar, in welchem Monat? Im letzten. Im letzten? Jetzt zu der Geburt. Naja, sowas gibt es, das habe ich schon öfter gehört. Also es ist wirklich so, ich habe damals meine Lehre in der Bäckerei gemacht und wenn ich gefragt wurde, ich bin zu dick oder so oder ich werde ein bisschen mobbliger, dann lag es halt am Brot oder an dem Brotkrum, die lecker waren. Und ich muss dazu sagen, ich war auch nicht sonderlich dick. So, du hast das Kind bekommen? Ja. Ein Junge? Ein Junge. Ein Junge. Hast du das Kind aufgezogen? Die ersten anderthalb Jahre. Also ich war gezwungen, zu Hause zu bleiben, nach wie vor. Was hast du denn übrigens deiner Mutter gesagt? Meine Mutter hat mir nicht geglaubt, dass das ihr Mann ist. Ach, du hast es ihr gesagt? Ja, an dem Abend, wo der Kleine geboren wurde, im Krankenhaus. Und sie hat es nicht geglaubt? Sie hat es nicht geglaubt. Sie hat gedacht, du hast irgendwie rumgemacht mit irgendwelchen Jungs? Ich denke mal nicht unbedingt, dass sie das gehört hat. Die wird schon wissen, wer es war. Auch zu dem Zeitpunkt, wo sie mit Sicherheit wusste, das war sie. Ich hatte nie was mit Jungs. Nie. So, dann ist dieses kleine Kind mit in eure Familie gekommen? Ja, richtig. Zu dem Täter? Zu dem Täter. Wie war das für dich, mit diesem Kind umzugehen? Für mich war es schwer. Ich war nicht reif genug für ein Kind, mit Sicherheit nicht. Hast du dieses Kind als einen Fremdkörper empfunden? Oder gab es schon doch so Momente, wo es süß war und nett war? Es gab Momente auf jeden Fall. Es war süß und nett, gar keine Frage. Es war auch mein eigen. Der erste Moment im Krankenhaus, da haben sie mir das Kind wohl auf den Bauch gedrückt, da war es im Moment abstoßend. Aber nach anderthalb Jahren, man lebt damit irgendwie in der Zeit auch. Man lebt damit, aber es ist keine Innigkeit entstanden? Nicht wirklich so richtig. Was ist denn dann nach den anderthalb Jahren passiert? Ich habe das Kind also heimlich zur Adoption freigegeben, habe also meinen Stiefvater auch gleich heimlich angezeigt. Und habe das Kind in ein Kinderheim in Köln gebracht, wo ich selber neun Jahre verbracht habe. Hast du denen gesagt, warum du das Kind abgeben möchtest? Ja, sicher. Die wussten Bescheid dann? Ja, ja, die wussten Bescheid. Und das ging dann auch problemlos? Überhaupt kein Problem. Ich hatte wunderbare Hilfe vom Jugendamt. Wir haben zusammen den Kleinen morgens rausgeholt aus der Wohnung. Hat dir das dann doch irgendwie leid getan, das Kind wegzugehen? Ja, es hat weh getan. Es war keine Erleichterung? Keine Erleichterung. Im ersten Mal auf keinen Fall. Es hat eine ganze Zeit gedauert. Warum hast du es dann getan? Weil ich mir schon sicher war, dass es bei mir nicht so gut haben würde. Also in weiser Voraussicht. In weiser Voraussicht. Du hast dann deinen Stiefvater angezeigt. Den habe ich angezeigt. Was ist daraus geworden? Der hat damals drei Jahre bekommen. Hat er es zugegeben, dass er es gemacht hat? Der hat es zugegeben. Der hat sogar geweint vor Gericht. Ich war bei der Verhandlung noch dabei. Die wollten mich wohl nach Hause schicken. Da habe ich ihm wohl gesagt, ich habe jetzt so lange hier die Anzeige starten müssen. Ja, alles anhören müssen. Die peinlichsten Fragen und Antworten. Und da möchte ich auch beim Endergebnis dabei sein. Drei Jahre? Drei Jahre. Wie hat sich denn dann deine Mutter dir gegenüber verhalten? Gar nicht. Die hat also selbst im Gerichtssaal noch gegen mich gesprochen. Nein. Der hat vor mir gesessen. Ich habe noch einen Stiefvater, also von meinem Stiefvater der Sohn. Der durfte sich nicht mit mir unterhalten. Warum hat sie das getan? Wie ist deine Deutung? Ich weiß nicht. Verstanden habe ich es nie. Lebt sie noch? Ich werde es auch nicht rauskriegen bei ihr. Lebt sie noch? Meine Mutter lebt noch. Die lebt noch. Ja. Gab es denn danach zwischen dir und ihr Kontakt? Es gab Kontakt. Hier und da ruft man sich auch nochmal an zu Geburtstagen. Höftigkeitsfloskeln halt. Aber es ist nicht so ein Kontakt, dass man sagen könnte, man könnte jemals darüber sprechen. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so eine Verletzung ist, die sie dir angetan hat, dass man das auch nicht vergisst. Ich meine, sie hat dich ja nach Strich und Faden verraten. Hat sie auch, ja. Sie hat ja überhaupt nicht zu ihrem Kind gehalten. Und auch nachdem der Täter zugegeben hatte, dass er das getan hat, hat sie immer noch nicht zu dir gehalten. Nach wie vor nicht. Ich weiß nicht, ob es aus Angst war. Ich versuche auch immer wieder Erklärungen, das heißt eigentlich versuche ich heutzutage keine Erklärungen mehr zu finden. Aber ich habe es irgendwann mal versucht. Ist sie denn dann mit dem Mann zusammengeblieben? Die ist noch mit ihm zusammengeblieben, ja. Heute auch noch? Der war noch eine ganze Zeit auf freiem Fuß. Der durfte noch Weihnachten draußen verleben. Und sie war dann so mutig, hat sich dann scheiden lassen, nachdem er im Gefängnis war. Ah ja. Und dann ist der Kontakt abgebrochen? Dann ist der Kontakt abgebrochen. Weißt du irgendwas von diesem Mann noch, was der macht? Ja, natürlich. Mein Stiefbruder selber hat zu seinem Vater Kontakt. Der hat bei sich in der Wohnung auch Bilder stehen von ihm. Ich weiß auch, wie der aussieht und alles. Ich weiß, wo der wohnt. Was empfindest du für diesen Mann? Ich muss dazu sagen, es ist gar nichts. Einfach gar nichts. Jetzt lass uns über dein Kind weitersprechen. Das Kind ist zur Adoption freigegeben worden. Das Kind ist heute wie alt? 27. 27. Weißt du irgendwas über den Jungen? Gar nichts. Gar nichts. Nein, ich habe damals auch bewusst dafür unterschrieben, dass ich also nichts erfahre erst mal. Keinerlei Adressen oder sonst was. Denkst du oft an ihn? Ja, sehr oft. Auf jeden Fall jeden Geburtstag. Der hat am 5. oder 12. Geburtstag. Kann man nicht vergessen. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Bereust du die Entscheidung, dass du ihn... Nein, nein, nein. Nie und nimmer. Du hast gerade gesagt, du hattest damals das Gefühl, er hätte es nicht gut bei dir. Warum hattest du das Gefühl? Ich denke mal, dass ich... Meine Mutter ist eine sehr aggressive Frau und ich denke mal, ich hätte es auch nicht besser gemacht. Und vielleicht auch der Gedanke, woraus der Junge entstanden ist. Dass das doch immer wieder hochkommt und dass man das in Erinnerung hat. Ja, das glaube ich auch und das könnte ich mir auch vorstellen. Und das wäre ja auch nur allzu menschlich, wenn das so wäre. Richtig, richtig. Hast du denn nochmal ein Kind bekommen? Nie wieder. Nie wieder? Nein. Hattest du keine Sehnsucht danach? Nein. Kein Kind so? Nein, nein. Wenn der Junge... Manchmal hört man das ja, dass Kinder, die adoptiert wurden, ihre Eltern suchen. Wenn der sich bei dir melden würde, würdest du gerne mit dem sprechen? Ja, jederzeit. Ich würde mich freuen. So, dass du dir vorstellen könntest, sogar jetzt, nach all dem, was geschehen ist und dem, was dazwischen liegt, eine Beziehung aufbauen zu können zu ihm? Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also, das sage ich auch immer wieder, wenn er hier vor meiner Tür stehen würde oder so. Dann wärst du für ihn da. Ja, jederzeit. Und ich hätte auch die Möglichkeit vielleicht mal, ich weiß ja nicht, ob er sowas... Viele wissen ja vielleicht auch gar nicht, dass sie adoptiert sind oder wären es vielleicht ganz spät, dass es gewahrt oder weiß der Geier was. Aber alle, die adoptiert wurden und die ich kennengelernt habe, sowohl im Rahmen der Sendung hier als auch privat, haben, wenn sie es dann erfahren, die Sehnsucht zu wissen, woher komme ich? Was sind meine Wurzeln? Und das wäre natürlich sehr schwer für dich. Würdest du ihm das erzählen? Ich würde es ihm erzählen. Du musstest es ihm erzählen, weil er würde dich fragen, warum hast du mich weggegeben? Und du müsstest dann ehrlich sein. Ich wäre so ehrlich. Ich bin erstaunt darüber und finde es auch bewundernswert, wie klar du damals, wo du auch noch ein junges Mädchen warst, diese Entscheidung getroffen hast. Ich kümmere mich darum und gebe ihn in ein Heim, weil ich damit nicht klarkommen werde. Oder ich werde nicht gut genug zu ihm sein. Also, ich hatte für mich jetzt damals keine andere Wahl. Also, ich habe aber überhaupt keine Chance gesehen. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, in ein Mutter-Kind-Heim zu kommen. Nur wäre das mal gerade drei Straßen weiter gewesen von dem Wohnort. Und meine Mutter hat sich angeboten, um den Kleinen zu kümmern, wenn ich in der Lehre bin. Nur, das wäre überhaupt nichts gewesen. Das wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Ist bei dem Prozess, das wollte ich dich gerade nur fragen, ist da eigentlich auch thematisiert worden, dass es eben nicht nur, in Anführungszeichen, dieses eine Mal war, sondern, dass er sich vorher schon einige Male an dir vergriffen hatte. Ich muss dazu sagen, ich habe den Prozess nicht mehr so klar vor Augen. Ich habe irgendwann später mal durch Zufall die Aussage von ihm gelesen. Und da sind so Sachen gefallen, er wäre betrunken gewesen und ist also ziemlich verharmlost worden alles. Also, meine, ich sage mal, ich bin schon nicht mehr glaubwürdig gewesen, weil ich so lange damit gehadert habe, mit dem Ganzen. Ja, so lange nicht. Dann legen die einem schon negativ irgendwo aus. Vielleicht heute nicht mehr, weiß ich nicht, aber damals war es so. Ja, heute hoffentlich nicht mehr, weil so lange gehadert hast du ja nur nicht. Das war anderthalb Jahre. Ja, nicht wirklich, aber ich sage mal so, die anderen Vergewaltigungen, wie gesagt, die wurden schon verharmlost dadurch. Und wie gesagt, er gab an, dass er nur alkoholisiert gewesen wäre. Was hat das mit dir, du wirkst, hast auf mich die Wirkung, die Wirkung einer sehr reflektierten, selbstbewussten Frau. Was hat das mit dir und deiner Sexualität gemacht, was dieser Mann dir angetan hat? Ich lebe seit meinem, naja, sag mal 20. Lebensjahr, also ausschließend mit Frauen zusammen. Ich meine, es muss nicht unbedingt damit zu tun haben. Ich bin also schon als Kind schon ein bisschen Boshikusa gewesen, muss ich dazu sagen. Von daher, es kann schon so gewesen sein, es kann daran liegen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe kein Interesse mehr an Männern. Ich kann mit Männern wohl gut zusammenarbeiten. Die halte ich für die besseren Kollegen. Aber wie gesagt, alles andere ist dann da nicht bei. Ja, ich glaube, das ist müßlich zu sagen, daraus ist es entstanden. Vielleicht ist es noch befördert worden dadurch, dass du schon eine Grundanlage zur Homosexualität hattest und dass dadurch noch irgendwie untermauert wurde oder beschleunigt wurde. Das kann man, glaube ich, gar nicht so sagen. Na, richtig. Liebe Anne, ich danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Danke auch dir für das offene Gespräch. Ja, gerne. Alles Gute. Ja, schönen Morgen noch. Dankeschön. Tschüss, Anne. Tschüss. So, ihr Lieben, das war es für heute, unsere Sendung Kinderausvergewaltigung. In der Technik war Stefan Weitershagen. Morgen ist Freitag und traditionell immer in der Nacht vom Freitag auf Samstag eine freie Themennacht. Ihr könnt uns erreichen immer ab 0 Uhr unter der bekannten Telefonnummer. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Natürlich während der Sendung auch. Und ihr könnt rund um die Uhr uns mailen unter domian.wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss. Bis morgen.